Schönen guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Verleihung des Erich-Fromm-Preises 2019 an das Ehepaar Sabina und Dr. Daniel Röder. Hören Sie mich überall? Das ist ein bisschen übersteuert, jetzt besser. Die Gründer der Palsdorf-Europe-Bewegung. Wir freuen uns sehr, dass Sie beide und Sie alle heute Abend den Weg hierher in das Bildungszentrum Hospitalhof gefunden haben und ich darf Sie und unter Ihnen auch alle Unterstützer der Palsdorf-Europe-Bewegung, denen dieser Preis ja gleichermaßen gilt, im Namen der Jury herzlich willkommen heißen. Besonderen Dank auch dem Hospitalhof für die erneut großzügige Gastfreundschaft heute Abend. Die Laudatio auf die beiden Preisträger wird der Publizist und Autor Christian Nürnberger halten, den ich ebenso herzlich begrüße wie den Kabarettisten Thomas Freitag, der schon da, aber nicht im Saal ist, der uns mit einem Ausschnitt aus seinem Kabarett-Solo Europa, der Kreisverkehr und ein Todesfall zum Lachen, aber sicher auch zum Nachdenken bringen wird. Er ist ja hier kein Unbekannter, hat doch seine Karriere im Stuttgarter Residenztheater vor 45 Jahren begonnen. Ebenso freuen wir uns, einen der früheren Preisträger, Herrn Götz Werner und seine Frau, bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen und ganz besonders möchte ich auch die Stifter dieses Preises, Horst Wagner und seine Frau Edith willkommen heißen. Schließlich noch den langjährigen Vorsitzenden der Erich-Fromm-Gesellschaft, Rainer Funk und seine Frau Renate Oecker-Funk. Er ist nach wie vor Verwalter des Nachlasses von Erich Fromm und so wie die Herren Kopra, Müller und Hardeck Mitglied der Jury dieses Preises. So und alle, die ich jetzt übersehen habe oder vergessen haben sollte, obwohl sie weder übersehen noch vergessen werden dürften, fühlen sie sich bitte genauso persönlich begrüßt. Bei solchen Veranstaltungen ist es ja oft üblich, dass ein Mann einen Preis, eine Urkunde und einen Scheck überreicht bekommt und seine Frau, weil sie ihm ja schließlich den Rücken freigehalten hat, einen Blumenstrauß. Nicht so heute bei uns. Denn Pulse of Europe ist eine Idee von Sabine und Daniel Röder, ist eine private Bürgerinitiative, die von beiden ins Leben gerufen, von beiden repräsentiert und getragen wird. Mittlerweile, allerdings auch gemeinsam mit sehr vielen anderen, denen es genauso wichtig ist, in unseren politisch deprimierenden Zeiten die Europa-Befürworter wachzurütteln, um die Zerstörung der Grundlagen der Europäischen Union zu verhindern. Im November 2016 gegründet ist die Bewegung der beiden Frankfurter Juristen heute in weit über 100 Städten und mehr als 20 Ländern aktiv. Man muss es immer wieder erwähnen, dass diese Bewegung keine parteipolitische ist und dass sie auch nicht für den Status quo der EU und ihrer Politik steht, sondern für ein europäisches Miteinander anstatt einem Nebeneinander von sich gegenseitig und gegeneinander abgrenzenden Nationalstaaten. Inzwischen sind die beiden Gründer mit dem Bundesverdienstkurs ausgezeichnet worden und die Bewegung selbst bekam schon diverse Preise. Warum also jetzt auch noch der Erich-Fromm-Preis? Was hat das Engagement von Sabine und Daniel Röder mit dem Denken und Wirken von Erich Fromm zu tun? Was rechtfertigt? Was begründet diesen Preis für dieses Paar? In den Grundsätzen zur Vergabe des Erich-Fromm-Preises heißt es, dass damit Personen ausgezeichnet werden sollen, die mit ihrem wissenschaftlichen, sozialen, gesellschaftspolitischen oder journalistischen Engagement hervorragendes für den Erhalt oder für die Wiedergewinnung humanistischen Denkens und Handelns im Sinne Erich Fromms geleistet haben beziehungsweise leisten. Humanismus ist das Gegenstück zum Gruppen-Narzismus, den Fromm in vielen seiner Schriften als eine der größten Gefahren für die Menschheit geißelt. Und genau diesen Gruppen-Narzismus sehen wir seit geraumer Zeit weltweit wieder wachsen, als nationalen, als rassischen, als Parteien-Narzismus. Der Brexit-Beschluss in Großbritannien, die Wahl von Trump zum Präsidenten der USA, die Sorge vor dem Erstarken der nationalistischen Parteien bei den Wahlen in den Niederlanden, in Frankreich und in Deutschland im Jahr 2016 und in den Jahren danach waren äußere Anlässe für die Gründung von Pals of Europe. Gegen diese wachsende Intensität des Gruppen-Narzismus, der die Welt schon einmal an den Rand des Abgrunds der totalen Vernichtung geführt hat, setzt die von Sabine und Daniel Röder initiierte Bewegung auf das Gegenteil. Auf Empathie, auf Verständnis für den anderen, auf gegenseitigen Respekt, auf Toleranz, die Achtung der Menschenwürde und die Kraft der Solidarität. Oder wie Erich Fromm es in The Sane Society Wege aus der Kranken Gesellschaft 1955 als Vision beschrieben hat, ich zitiere, nachdem es den großen europäischen Revolutionen der 70er und 18. Jahrhunderts nicht gelungen war, die Freiheit von in eine Freiheit zu umzuwandeln, wurden der Nationalismus und die Verehrung des Staates zu den Symptomen einer Regression auf die inzestuöse Fixierung. Erst wenn es dem Menschen gelingt, seine Vernunft und seine Liebe weiterzuentwickeln, als es bisher gelungen ist, erst wenn er eine Welt aufbauen kann, die sich auf menschliche Solidarität und Gerechtigkeit gründet, erst wenn er sich im Erlebnis seiner universalen Menschenliebe verwurzelt fühlt, wird er zu einer neuen Form menschlicher Verwurzelung hingefunden haben, wird er seine Welt in eine wahrhaft menschliche Heimat verwandelt haben. Zitat Ende. Ich selbst habe bei einer Veranstaltung von Pulse of Europe in Baden-Baden einmal das offene Mikrofon genutzt und vor allem den jungen Leuten gesagt, meine Frau und ich sind beide in den 70ern, unsere Väter waren im Krieg, unsere Großväter waren im Krieg, unsere Urgroßväter waren im Krieg. Wir beide sind in unseren Familien die erste Generation, die in Frieden, Freiheit und Wohlstand aufwachsen und leben durfte. Und das verdanken wir vor allem dem geeinten Europa und das wünschen wir auch unseren Kindern und unseren Enkeln. Mein Vater hat im Westen gekämpft, der Vater meiner Frau im Osten. Wir haben heute neben einer deutschen auch eine französische und eine polnische Schwiegertochter. Unsere Kinder und Enkel haben mehrere Pässe europäischer Länder und sind glückliche Europäer und wir möchten gerne, dass das so bleibt. Dafür den Impuls immer wieder auch von Pulse of Europe zu bekommen, sind wir dankbar. Und dafür haben Sabine und Daniel Röder den Erich-Fromm-Preis 2019 fraglos und zu Recht verdient. Diese Entscheidung hat die Jury, für die ich hier sprechen darf, übrigens einstimmig getroffen. Dass wir den beiden diese Auszeichnung zufällig und wahrscheinlich nicht ganz so zufällig in Anwesenheit seiner Eltern am 47. Geburtstag von Daniel Röder verleihen dürfen, das finde ich besonders schön. Und deshalb ist es ja völlig okay, dass Sie bei der Preisverleihung nachher die Urkunde bekommt und er den Blumenstrauß. Herzlichen Glückwunsch Ihnen beiden. Dem Programm können Sie entnehmen, dass es jetzt mit der Laudatio auf die Preisträger weitergeht. Sie hält uns der Publizist und Journalist Christian Nürnberger und ich finde es absolut lobenswert, dass er für diese Veranstaltung heute seinen Schiolab, den er gemeinsam mit seiner Frau in einem nicht-europäischen Ausland verbringt, nämlich der Schweiz, unterbrochen hat. Herr Nürnberger, bitte schön. Vielen Dank.